Ja Leute, was geht? Es geht weiter, hier haben wir Let's Fly Jakuza 5 Remastered mit mir in Pyroschnessy wieder am Startzeit. Und ich, ähm, mal gucken, was wir heute machen. Wir haben ja hier noch zwei Quests, eine ist ganz oben, die eine ist da unten. Ich würde aber nehmen die ganz oben, aber dann müsstest du nur geradeaus gehen. Das passt doch an. Ich gebe aber mal geradeaus, nehmen wir die oben, die Quest. Genau. Gehe ich mal hier auf der Straße, da habe ich die als Maul. Gehe ich mal hier auf der Straße, wir gehen hier auf der Straße, wir gehen hier auf der Straße. Was? Ah Nice Oh 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 Ja Wenn du nicht laufen kannst Dann kannst du deine Customers auch nicht Äh Ja dann Für deine Kunden Hm Au Au Das hat ja richtig Schmerzen angehört In Ordnung Bis in Ordnung Okay Okay Na gut ich mach das Ja 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 Okay Ja 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 Ich ich will Ah, ein bisschen zu stark eingelenkt. Ah, ein bisschen zu stark eingeladen. Ah, ein bisschen zu stark eingeladen. Ah, wir haben es gleich, sehr schön. Easy. Nice. Ohne Umschweife. Nice, ja, ja. Siehste, ich bin immer von der Bar schon gut. Ja, ist alles in einem Stück. Alles heilig. Ja, ich bin immer von der Bar schon. Nice. Ah, das gehört auch zu den Taxi Level theoretisch oder zu den gleichen Level Art. Okay. Ah, zehn Stück haben wir schon abgeschlossen. Ist gleich die letzte oder wie? Ja. Easy. Okay, wo ist denn die letzte? Hier. Nee. Hier. Okay. Geil. Dann kriegen wir heute vielleicht sogar noch beide durch. Wenn das jetzt nicht auf einmal uns wie lange dauert. Das wäre echt nicht geil. Dann können wir nächste Folge schon die Hauptquests weiter machen. Achso, wir haben uns unser Chef mit eingebracht. Okay. Stimmt, in der einen Nacht, ganz am Anfang des LPs. Okay, das ist jetzt der Name der Schaue. Hey. Aber für mich ist das immer noch Kerio. Ich meine, das ist ja auch Kerio, ne? Mit einem neuen, äh, meinem Namen hier, ne? haben wir guten anlass setzen Hm. Ah, äh, gibt es verschiedene Nudelarten, ah ja. Hey. Geil, müssen aber nichts bezahlen. Okay, das ist schon sehr krass. Hm? Äh, ist schon wieder jemand, der einen Arzt braucht wegen welchen Schmerzen. Da müssen wir helfen. Genau. Ja, also natürlich, wenn wir das alles hier umsonst kriegen und äh... Oh, Chefs, das sollten wir schon ein bisschen unterstützen. Hm. Okay, ich muss also nur... Ähm, ja, die Stärke der Nudelart haben. Ja, die Nudelart auszuhören, die sagen wir halt. 1, 2, 3, 4. Ja. Okay, Q, W, Q, W, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Okay, na, habe ich verstanden. okay present the mandate button okay the order okay the position also er verstehe ich das okay jetzt verstanden okay Ah, okay. Okay, ich hab... Okay, sehr hart. Nein! Ich hab sehr hart gesehen. Rack. Rack, rack, rack. Ah, okay. Soft, okay. Dunk. Rack, okay. Er ist hart, hart, hart. Er ist sehr hart. What? Okay. Bo-ma-chu! Äh, da-da-ah, ähhm... Wreck. und soft geschafft okay 9 von 10 miss eine runde ja okay very hard das klingt aber voll er hat okay nein dumm taft 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 hart hat gestanden sehr hart okay naja wieder 14 von 15 leute nicht vor 30 wurde jetzt schaffen okay ja 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 guck mal guck mal Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das war ein Fehler. Nein. Dann ist es weg. Ja. Easy. Ich war eben so hart verwundert, wie die dich. Wie die dich. Ja, jetzt kommen sie alle. Ich will noch noch speichern. Ja, ja, ja. Oh, das ist... Ja, ich wollte noch speichern. Aber gut, hier geht es zumindest. Es geht wirklich sehr schnell. Oh, jetzt machen die... Ne, oder? Ne, jetzt tut er auf. Genau deswegen sind die so eine Scheiße. Oh, ja, ja. Toll. Jetzt hauen die mal die ganze Energie kaputt. Ah, ah, ah. Mensch, ich habe ihn schon aufgeladen. Na gut. Was soll denn das? Oh! Verdient. So. Der Wahnsinn macht drei. Ah, Mist. Wir sind mit der Energie wieder weg. Ah, ist drauf. Äh, wo muss ich hin? Dann speichere ich einfach hier. Dann speichere ich hier. Dann speichere ich hier. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenpolschen. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Weil es sind ja nur noch ein paar Meter. Und die geben wir dann beim nächsten Mal ganz gemütlich. Nice. Dann können wir mal die Hauptstory weitermachen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt da weitergeht. Und wie viele Stars eigentlich noch erwartet. In dem Kapitel jetzt sozusagen. Weil wir sind ja auch ganz, ganz am Anfang. Wir sind ja immer noch bei Teil eins. Insofern. Ähm. Wir sind doch sehr am Anfang. Also äh. Eigentlich müsste es jetzt ein Zero sein. Ich mach mal auf Zero. So. Ähm. Genau. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Pariser. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi. Bis dann. Ciao. Ciao.